Schuss! 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 Ich hatte die auch schon oben da, sie steckt zusammen. Oh, der ist kühler! Oh! So herrlich! Wie geil! Ich kann mich nach einem Arschleck noch mit Gummiknüppeln, klebe ich so einen Hupf im Haus des Meeres in ein Becken rein. Jetzt vielleicht nicht gerade mit dem Haifisch, einen Hupf in ein Becken und dann schwimme ich. Luft, ich svingte und dinte, ja. Ich habe viel Luftbecken in meiner Lande. Oh, 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 oh! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Bus kommt! Jetzt habe ich einen Schluck aus der Brunnhilde genommen. Das möchte ich bepflanzen da oben. Jawohl! Fischi! Ich habe schon einen Rachen gekommen. Ich habe schon einen Rachen gemacht. Jaaa! Jawohl. Du bist ein Schweinskerl. Aber eigentlich so. Ja, wenn er so ein Speichel ist, alles angeschlecken. Mag schau mal. Du bist ja eher wie der Kleine. Was sind die Fischchen? Ich hab' den. Ich hab' den. Hoi, was ist das davon? Zum Glück, aber das sind teure Mikrofone drauf. Wir hören uns die Filme nachher vertonen, wo es von denen so bläden Scheiße hält. Mama nennt's einfach Weißlein. Ich hab' den geländen. Der riecht doch gar nicht. Der ist jetzt vor meiner Gräserung dabei. Jetzt kommt der Wiederschön. Wir hören dich auf der Schmitten des Türstein. Dieltere Gerät im Nachhineim. K-Kristen. Zettelig hier. Und jetzt? Du oh北 hast es noch aus. Was? Schau, wo das sein wird. Schau, das ist richtig toll, wie wir das sind. Ja, hier sind nur die Getos-Tasen. Schau, ich muss. Das ist so schön im Geburtsein. Soll wir noch einen Schmusch sein? Das ist so schön. Wie kannst du das machen? Was musst du denn sagen? Fynn? Schau. Schon wieder hier am Morgen. Fynn sind das deine Freunde? Willst du die Fische? Irgendwenn trost zu zorten. Hinten, doch, chillt. Das ist so schön. Und da ist die Fische. Spitzender Stau. Das ist so schön. Das ist so schön. Oh, siehst du das? Ja, siehst du das? Schau, jetzt kommt sie! Oh... 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist die Wärmste, willst du nicht? Ja, das war's. Schaufel, da ist ein grosses. Die sind doch zwittert, oder? Das ist der Wärmste. Das ist der Wärmste. Wow! Wow! Oh, die Schuhe! Die Schuhe! Was? 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 thriving homes shows Die Wächter wird mit der Klappe geschlossen. Nummer 6. Nummer 6. Nummer 6. Nummer 6. Nummer 7. Nummer 7. Nummer 8. Da drehen sie sich um und dann pumpen sie, also die sind ja geil. Und schon mal das Gesicht bei der Reihe, wie wir das schon sehen. Schöne Größe kommt, das ist voll schnell. Es sitzt auf meiner Kamera da. Wir hoffen, dass es so schön ist. B-D-Sort! Herzlich willkommen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020